Der Talmud erzählt uns, es ist drin seit 96 BN. Es gab einen Nebuzeradan, mach Shemoh und Shemzichro. Nebuzeradan, er war der Verteidigungsminister von Nebuchadnezzar, der das Tempel zerstört hat. Und Nebuchadnezzar hat ihm geschickt, geh und zerstöre den Tempel Yerushalayim, mach alles kaputt. Aber er sagt, ich weiß, der Gott von Amisrael, er mag es, wenn die Juden Shubah machen. Und wenn sie Shubah machen und beten, deswegen, da können wir nachher in Schwierigkeiten geraten. Deswegen, ich sage dir, lass es nicht zu, dass das jüdische Volk betet. Verhindere sie vom Beten aus. Und dann wirst du es erreichen. Er geht dorthin, am Anfang er dachte sich, was ist das Yerushalayim, ich werde es tschick, tschack, alles findet oder Comedia. Er kommt dorthin mit 300 Kamele voll mit Werkzeugen, um die Mauer aufzubrechen. Er versucht und die ganze Zeit, das Werkzeug geht kaputt, aber die Mauer bleibt. Bis am Ende noch ein alter Mann hat ihm gesagt, schau, du willst sie gewinnen. Was bringst du dorthin? Sie haben immer jeden Tag haben sie am Israel hat gebraucht, zwei Schafe für den Korban. Wir haben einen Korban, einmal in der Früh, einmal am Abend. Und so viele Schafe gab es in Yerushalayim. Und deswegen haben sie über die Mauer, haben sie immer mit so einem Lift raufgebracht, zwei Schafe. Und genau mit diesem Gewicht haben die Juden Gold gebracht. Und so jeden Tag zwei Schafe bekommen. Sagt dieser alte Mann, du willst da reinkommen, du willst, solange ihr ihnen diese Schafe gibt, solange sie den Korbanot, die Opfergabe darbringen, habt ihr keine Chance. Ach so, okay. An dem Tag hat er aufgehört und keine Schafe gegeben. Statt zwei Schafe, was hat er gegeben? Zwei Schweine draufgegeben. Und zwei Schweine draufgegeben, mitten beim Raufgeziehen. Diese zwei Schweine haben ihre Pfoten auf die Mauer gegeben. Und ganz erecestrell, schreibt der Talmud, hat gebebt davor. Passt mich schon rum, Schweine. Kurz gesagt, gab es keine Opfergabe. Das war auch am 17. Tamuz. Und es ist eine letzte Axt übrig geblieben, um die Mauern aufzubrechen. Letzte Axt. Okay, er versucht, das letzte Versuch, wenn nicht, ich gehe zurück. Er versucht und will den letzten Schlag geben. Aber vor dem Schlag, was macht man immer? Man gibt kurz so ein, zwei kleine Schläge und nachher mit voll und bei diesen eins, zwei kleinen Schlägen, pack, pack, ist plötzlich aufgegangen das Schloss. Aufgegangen, reingekommen und geplündert, ermordet und es war Flüsse von Blut ist geflossen in der Ruschalei. Bis nachher, kommen wir gleich zur Sache, bis er nachher gekommen ist zum Betamigdash, dieser Nebuzaradan. Kommt in Betamigdash, zerstört, was er zerstören kann und er kommt nachher in einen Raum, Azara, also in die Azar-Reise gekommen. Und er sieht dort in diesem Raum, es gibt auf dem Boden ein Blut, das blubbert, als ob es kocht. Plach, 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 plach. Er fragt, sagt, was ist dieses Blut? Nein, nein, das ist Blut von der Opfergabe. Er sagt, du bringst zwei Schafe her, ich will sehen, ob das dasselbe Blut ist, weil kochendes Blut kennt man nicht. Er schlachtet zwei Schafe daneben und sagt, das ist nicht dasselbe Blut. Ich sehe, es gibt einen Unterschied. Entweder ihr sagt mir jetzt, was dieses Blut ist oder ich werde euch alle mit, so wie bei Rabbi Akiva, Maastrikotschel Barzell, mit dieser metallene Gabel euer ganzes Fleisch abkratzen und grauslich umbringen. Dann sagen sie, wir haben gehabt einen Propheten und einen Kohen. Kohen ben Abi. Sein Name war Zecharian Abi. Wir haben gehabt einen Propheten, Zecharian Abi. Und er hat uns zurechtgewiesen. Er hat gesagt, schatzt auf, macht keine Averot. Gott, ihr verlässt euch auf Betamikdash, dass dank dem euch nichts geschehen wird. Dieses Haus wird zerstört. Und es werden keine Opfer. Und er hat das Volk zurechtgewiesen. Zecharian Abi. Übrigens, das ist derselbe Prophet, der prophezeit und sagt, dass jeder, das müssen leider Gottes Fehler hören, diesen einen Satz. Jeder, der am Israel angreift, als ob er Gottes Auge angreift. Das heißt, alle diese Antisemiten, ich will mir nicht vorstellen, was mit ihnen nachher passieren wird. Kurz gesagt, Zecharian Abi, okay. Er sagt, ich werde ihm beruhigen dieses Blut. Er hat sie zurechtgewiesen und sie haben ihn nachher umgebracht. Er sagte, Nabi, Prophet, redet mit dem Israel. Kommt, seid Menschen, seid ordentlich. Benimmts euch. Anstatt den Kopf runterzubringen und sagen, okay, Chhatat, Ayaviti, Pashat, Besed. Nein, nein, haben wir einen Stein geworfen und ihn umgebracht. In Betamikdash. Den Kohen, den Prophet, in Betamikdash umgebracht. Nun, er sagt, ich werde jetzt dieses Blut befriedigen, beruhigen. Er hat genommen, die Gelehrte, die dort waren, Rabbanan. eins nach dem anderen, auf dieses Blut geschlachtet, damit das Blut sich vermischt und so das Blut nachher sich beruhigt. Pam, 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 schlachtet eins nach dem anderen, nichts, blubbert noch weiter. Er nimmt nachher Pirche Keona, also die Kohanim, die dort gedient haben, die jungen Kohanim, auch die eins nach dem anderen, pack, 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 schlachtet, alles bleibt. Er nimmt nachher die Nokocher Betraban, Kinder, die Toralernen, kleine Kinder, eins nach dem anderen, schlachtet auf dieses Blut, damit dieses Blut sich beruhigt. Beruhigt sich nicht. Bis er geschlachtet hat dort, um sich vorzustellen, 940.000 Menschen hat er dort auf dieses Blut geschlachtet. Er selber, so grausam er war, er hat es nicht mehr gefallen, er sagt, Zechariah, Zechariah, die Guten von Ihnen habe ich vernichtet. Soll ich alle vernichten? Und dann hat sich das Blut beruhigt. Das Blut hat sich beruhigt. Jetzt er, dieser Nebuzeradan, war ein Bösewicht. Ein Bösewicht, Rasha. Er sieht das Ganze und nachher denkt er sich, Moment, er hat die Mauer zerstört. Drei Wochen lang Jerusalem geplündert, ermordet, plus nachher noch dort 940.000 Menschen abgeschlachtet. Es gab einen Felsen, wo auch ein paar hunderttausend Köpfe von kleinen Kindern er mit seiner Hand zerschmettert hat. Grausamer Typ. Er denkt sich, Moment, schau dir das an. Dieses Blut, so viel habe ich geschlachtet, bis dieses Blut sich beruhigt hat. Sie haben nur eine Person getötet, diesen Zechariah, und schau, was mit ihm passiert. Er denkt über sich, er hat so viele Menschen ermordet, Was wird mit ihm sein? Nachgedacht. Giyu hat sie konventiert, Schuwa, und wurde Gertzedeck. Das ist der Batsche, oder? Nebuzeradan, so ein Bösewicht, so ein grausamer Typ, so viele Menschen ermordet. Ein Augenblick in seinem Leben, ein bisschen richtig nachgedacht. Einen Augenblick nachgedacht und dementsprechend gehandelt. Von einem, der im Genom verbrannt werden sollte, Gertzedeck Ghan Eden. Schau, wie wertvoll jeder Augenblick in unser Leben ist, aber den Augenblick richtig ausnutzen.